So, so, so YouTube, hallo, hallo und willkommen zu Runde 2 oder Part 2 mit Runde 4. Ja, wir sind noch mitten in Geotastic, bisher haben wir einen guten Run gehabt. Malta, wo waren wir gerade, Panama und USA. Und jetzt mal gucken, wo es uns hin verschlägt. Ich sage hoffentlich Bangladesch oder Indonesien. Jetzt so eine richtig schöne 1-Stunde-Runde wäre was Geiles. Oh, nee, das ist so easy. Rechtsverkehr, Südamerika. Chile. Ecuador. Wir fahren mal in Richtung der LKW mit. Aber wo ist die Sonne? Die Sonne ist im Süden, also sind wir im Norden. Okay, interessant. Dann wahrscheinlich Kolumbien oder Ecuador. Kolumbien würde gut passen. Das Auto sieht irgendwie aber eher peruanisch aus. So ein kleiner gestauchter LKW, nicht wahr? So ein kleiner gestauchter LKW, nicht wahr? Workshop. Workshop. Aha, okay, wir sind ganz woanders. Israel Richtung. Tunesien. Okay. Ja. Ja, okay. Da ist ein Schild. Komm, zeig mir Tunis am besten. Aman. Al-Karak. Okay, wir sind, krass. Wir sind sogar... Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Äh, da. Hier. 130 Kilometer. Al-Karak. Kerak, nicht? Das ist es. Naja, das ist falsch beschrieben. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bei Petra. Bei den Bergen hier. Äh, wo waren die? Ich glaube, die war genau hier. Um-Al-Mamid. Die stand nicht so richtig da. Genius Eye. Le Petra View. Hier, so. Gehen wir mal von der Höhe aus gerade. Wir sind aber auf der 65. Auf der Seite. Okay. Alles klar. Aber dann haben wir, glaube ich, ungefähr die Höhe. Das Problem ist, gibt's nix. Also, die Straße ist lang und es gibt hier nix. Das ist kacka. Die geht hier Straight North Süd, wo wir sind. Wir wissen nur, von da 50 Kilometer weg. Das kann ja gar nicht sein. Wenn das hier sind 20, sind. Dann müssten wir ja hier sein. Irgendwo hier. Das könnten auch die Felder hier sein. Nochmal, die sind nur im Osten, Süden, Westen. Die liegen westlich. Und da sind leichte Berge. Ja. Okay. Und die geht hier halbwegs Nord-Süd. Hm. Okay. Mal gucken, ob wir nach Norden an einen See kommen. Äh. Das hier will ich wegmachen. Zack. Du, 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 du. Und da steht, in der Gegenrichtung kann vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen, wenn da die Abstände nicht so riesig sind. So, Workshop. Ah. Ah, okay. Nur eine Autobahnraststätte. Ich glaub nicht, dass die gesondert auffällt auf der Karte. Oh. Wartet. Na, irgendein Stein, den wir nicht lesen können. Das hilft alle nischt. Wir fahren jetzt schon wieder am LKW vorbei. Wir fahren jetzt wieder Richtung Startpunkt. Kann das sein? Bam, bam, bam. Naja. Egal. Das machen wir auf jeden Fall einen Bogen nach Nordosten. Ah, das macht die Straße halt ständig. Können wir da schon Wasser erahnen? Auch noch nicht wirklich. Ein Ortsnamen oder so wäre gut. Dann können wir uns von da langkangeln. But I don't think this will work. Hm. Hm. Ich muss kurz was machen. So. 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 Was haben wir da? Ah. Ich dachte, da sitzt ein Vogel drauf. Hm. Ja, der Fluss kann auch noch 20... Oder der See kann ja auch noch 20, 30 Kilometer weg sein. Das hilft uns auch nicht als Merkmal. Das ist immer am fiesesten, wenn man sofort weiß, wo man ist. Und auch wo... Genau wo du bist. Aber nicht genau genau. Ja. Ja, da ist Wasser. Okay, also stehen wir glaube ich wirklich genau vor diesen Feldern gerade. Und das sehen wir hier jetzt. Wir fahren jetzt nach Nordosten. Aber wo machen wir denn das? Das passiert hier ja nie. Nicht in der Extreme. Ja doch, das hier. Jordan Valley Highway. Und da ist überall Wasser, nicht? Sieht zumindest so aus wie Wasser. Oh, das heißt, wir starten irgendwo hier. Diese Stelle müssen wir finden. Okay, dann fallen wir mal nach Süden. Nach Norden gab es so eine Abfahrt nämlich nicht. Du, 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 du. Hallo LKW, dich haben wir auch schon mehrfach überholt jetzt. Der nimmt auch nicht immer alle Klicks an, die man macht. Und dann setzt er einen immer zurück. Das nervt am meisten. Steht hier, nicht lesbar. Bam, 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 bam. Nur die Autobahnraststätte, die steht die ganze Zeit dran. Und da steht die Kilometeranzahl dran. Jetzt geht es aber straight auch schon wieder nach Süden. Wenn man das ausrichtet, aneinander hier. Ja, genau nach Süden. Ganz leicht vielleicht in eine Richtung, aber das dürfte man nicht erkennen. Den Abstand zu den Bergen kann man auch nur erahnen. Der hilft auch nicht. Eventuell kann ich die Kuppen zumindest irgendwie erahnen. So, hier fahren wir auf jeden Fall in ein Dorf rein. Hier gibt es die erste Kreuzung. Also, wir sind nicht... Also, das haben wir nicht gesehen, oder? Muss ich gestehen. Ja. Und ich meine, die hier geht schon recht gut südlich. Dann bin ich hier irgendwie dran vorbeigefahren. Und klar, hier die kleinen Dinger. Und jetzt müssen wir... Das kann auch nicht sein. Es gibt hier einfach keine Kreuzung. Und so viel sind wir nicht gefahren. Hier gibt es erst wieder Kreuzung. Wenn wir jetzt hier... Theoretisch. Und das kann nicht sein. Das heißt, das hier ist nicht eingezeichnet. Scheiße. Zumindest nicht vollständig. Man kann doch nicht reinfahren. Das heißt, im schlimmsten Fall ist das nicht... ...vermerkt. Okay, wir gucken mal. Anhand der Spitzen der Berge. Das da sieht doch nach dem hier aus, oder? Das heißt, hier zwischen sind wir. Hier geht es auch sehr südlich. Und stehen wir hier. Und stehen wir hier. nennen es das das hier gerade weil da ist auch dieser Riss vielleicht und das kleine Ding könnte das hier sein, aber das sieht sehr hoch aus scheiße ich habe keine Ahnung wie wir das bestimmen sollen wir haben keine Hinweispunkte und je weiter ich fahre desto unwahrscheinlicher wird es dass ich noch irgendwas finde wir haben nur links und rechts Felder wir können auch nichts triangulieren wir können es auch nicht weiter eingrenzen das einzige was mich stutzig macht dass die Straße hier so extrem nur nach Süden geht und ich das auf der Karte nicht sehe und was wir wissen wir sind genau 50 Kilometer weg von Karak also von Kerak so jetzt macht die Straße natürlich krumm und Dings aber wenn wir jetzt mal nehmen 20 Kilometer sind ungefähr der Abstand von hier nach da also das sind 20 Kilometer nicht mit hoch und runter sag ich mal bis da wenn ich das jetzt das ist ungefähr so eine Handbreit bei mir dann sind wir genau an der Stelle wo ich stehe und wir sind auch in so einer Kurve und hier geht eine Straße ab das Problem ist die Straße die ist nicht eingezeichnet aber ich kann mir schon vorstellen dass wir vor diesem Ding stehen irgendwie geht in die Straße am ehesten die geht wenn wir das hier matchen geht die nordöstlich schon leicht ah wäre schon hier nordöstlich und dann geht sie nämlich gerade weiter das wissen wir mehr dranstehen tut auch nicht überall nicht und wenn können wir es eh nicht lesen das hilft uns eh nicht rumzufahren ich meine die Ziegen können uns auch nicht sagen wo wir sind tja wird die Runde 4 die Runde die uns bricht oder nicht das erfahrt ihr gleich wir sind wir machen einen sehr großen Bogen nicht nach Nordosten hier sind immer noch im Bogen das heißt wir könnten am südlichen Ende davon sein oder wir sind halt hier drin aber ich sehe diese ganzen Häuser links und rechts und Straßen halt nicht sehe ich Felder und Felder sind erst wieder hier so viel links rechts blöd ist halt dass die Straßen hier alle nicht eingezeichnet sind oder sie sind eingezeichnet und man erkennt sie halt einfach nicht ich meine wir könnten auch hier sein aber das passt vom Bogen her einfach nicht und das habe ich auch nicht gesehen in irgendeiner Weise Landwirtschaftsbetriebe, Tankstellen das haben wir alles bei uns nicht oder wir sind halt wirklich hier oder sowas noch südlicher aber es kann auch schon nicht sein auch das hier habe ich nicht gesehen Pfeiffer sind wir auch noch nicht drin gewesen ne war Asafi haben wir auch noch nicht gehabt okay vielleicht finden wir irgendein Unternehmen was wir lesen können und an dem wir uns zumindest so ein bisschen orientieren können wo wir sind muss ja nicht viel sein nur so ein bisschen so ein klein so ein knickig knackig bisschen aber das hier Brücke oder so nicht das wird man auch nicht wahrnehmen jetzt geht es hier schon die ganze Zeit nach Nordosten straight das würde hier schon passen dann zack rum dann nach Nordosten aber dann geht es noch weiter nach Osten aha gut Aqaba ja wow 190 Kilometer von von da unten hilft mir das sind 200 Kilometer so Aqaba ist hier 200 Kilometer sind wir ein Stück südlicher als ich denke was mich stutzig macht ist halt dass jetzt hier so ein Bogen so ein Bogen nach Nordosten kommt der uns eigentlich nach Osten führt wenn das ist kein langes Stück aber es ist ein Stück eher Osten als Norden das heißt so das gibt es halt nirgendwo hier nicht mal mit guten Willen hier höchstens das hier hier sind wir dann sind wir doch hier drin dann ist das der Bogen in dem wir hocken der ist lang gezogen dann kommt die Gerade und dann geht es hier nach Osten und dann sind ist das Wasser was wir sehen das Wasser hier und nicht das da das passt auch nach unten ein bisschen besser das erklärt auch warum ich die Abfahrt nicht gesehen habe früher als ich nördlicher gefahren bin weil wir erst hier waren am Wasser das erklärt auch warum wir hier eher Felder sehen das erklärt nur nicht warum wir diese ganzen Straßen nicht sehen und nördlich kommt eine Straße die so nach hinten weg geht ja das ist die dann stehen wir an der ich mach Bingo Bongo 13 Meter manchmal kann es doch so einfach sein nicht wahr ich hätte gedacht das sind Felder und nicht im Wasser Gewässer sieht halt wie künstlich aus und wie ganz dünn aber okay dadurch dass es blau ist ist es halt wirklich Gewässer auch von von oben aus zu sehen und nicht nur eine Reisfarm oder so aber die Häuser hier links und rechts oder die Bebauungsdichte die das hier vorgaukelt die hatten wir ja gar nicht und Gwa Asafi stand auch nicht dran das können natürlich hier alles Feldwege sein nicht wahr und die wohnen alle hier hinten drin auch eine Möglichkeit aber hey wir haben es gefunden 6000 Punkte was will ich denn mehr nicht wahr perfekt und damit geht es in Runde Nummer 5 Indonesien oder Bangladesch beides wäre cool sonst geht die Folge nur sehr kurz oh Afrika Afrika ist auch sehr geil da habe ich richtig Bock drauf so ein bisschen durch Afrika jetzt noch zu tingeln in Runde 5 ist geil äh ich will das Schild da lesen oh Mann oh nochmal zum Start es kann doch nicht so schwer sein boah was ist denn das für ein Scheiß das sind doch alle drei Schilder hier der Ort wo wir sind und da Dings ich will nur ein nach vorne oh aber da sind zwei Pfeile wir müssen aufpassen vielleicht kriege ich über den einen Pfeil wir sind in Karo Goto mhm New Terracamu Coffee LTD Karatina aber mehr kann ich auch nicht darauf erkennen sind zu klein leider oh Zwillinge guckt das an einfach Zwillinge die schön am Straßenrand zusammensitzen gleiche Kleidung um die Leute zu verwirren ist doch immer wieder schön was man alles so in Geotastic entdeckt man fährt rum und einfach ja genießen sie ihr Leben ne der Algorithmus ist echt verrückt das sieht aber wirklich aus als ob die da so sitzen aber so so prachtvoll wie die Leute alle aussehen ich würde dir fast sagen wir sind hier Uganda Richtung Kenia Uganda Gucken wir mal den haben wir da oben oh wir können nicht weiterfahren oh oh das ist schlecht aber wartet wir haben ja hier zwei Pfeile beim Start wenn ich den anderen erwische dann springen wir vielleicht auf eine andere Straße wo wir weiterfahren können also wir fahren jetzt erstmal nach Osten ne ok ist die gleiche Straße mit den gleichen Bildern man kommt definitiv hier nicht weiter ok also nach Osten ist dicht das heißt wir können jetzt nur noch wir wissen in welchem Ort oder so dran steht Starrems Satellite HD Combo ok ich ziehe zurück dass wir da sind Kabupoto vielleicht Ghana eher dann oder aber das passt mir hier so das passt auch nicht zu Lesotho oder Eswatini so richtig Office of the Government Country Government of Niteri Niteri 30. Juni 21 aber den Rest kann man wieder nicht erkennen schade was mich nämlich stutzig macht ist hier der Star Times Anbieter eigentlich müsste Safari kommen eher da sein wo ich vermutet hätte oder aber Ghana's Orange nicht was ist denn Star Time scheiße na gut vielleicht Uganda könnte sein Brace Center of Jesus wobei die Häuser schon relativ groß und gut gebaut sind nicht die guten Schäder kann man alle nicht lesen da steht ja genau drauf wo man ist was gebaut wird und 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 ne break guest rooms oh warte mal da ist eine Flagge ist das Nigeria Niger könnte sein Ministry of Education nur ah schade ok unser Ort ist jetzt auch nicht riesig ich hoffe wir können hinter dem Ort weiterfahren sonst haben wir echt ein Problem best academy equal bla bla abc de foals 1234567819 elephant interessant das Schulbuch einfach draußen dran stehen karugoto ne kuh bist du heilig sind wir doch in bangladesh kommst du da nicht hoch du willst auch nicht hoch du wirst da nur zu stake verarbeitet ich habe echt angst dass wir jetzt nicht weiter fahren können gleich das wäre echt übel solche stellen werden dann immer am übelsten aber wenn wir weiterfahren können ich finde die gegend an sich schön nicht dieser weite blick den man so nach hinten raus hat hacienda also doch südamerika oh man und die guten schilder die kann man alle nicht lesen ministry of nicht zu erkennen bridget jones hilft mir auch nicht da ist noch ein schild breaking guest house rooms hilft mir auch nicht trotzdem mit den bergen und den kühen das sieht aus wie nord kenia und der roten erde gut die gibt es halt auch in südafrika aber das fühlt sich nicht so südafrikanisch an auch von den amazing grays sieht halt auch eher grüner aus na gut südafrika ist auch riesig da gibt es auch viele stellen in denen man noch nie war und da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele lokale sprachen aber ich bin schon mal so eine Straße lang gefahren und ich glaube das war halt in kenia wie fährten die süd nord nord hm 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 ja blöd dass wir die eine flagge vorhin nicht erkennen konnten oh jetzt das können wir vielleicht lesen natürlich parkst du da vor aber nairobi ok kampala kizumi nairobi also kenia ministry of transport infrastructure roads kenia rural ja bla bla ist der director kara ok aber hier steht nicht die die stelle maintenance hier hava hururu nungundamo gurandugamano gashagagata gagata kangiata gaitiki roads ok kakagema ist hier aber wir sind bei kakagin da kapenguria gatiki mlaba chetjipiti ach ne chetjipit loruk yajata man kann es halt auch nicht 100% durchlesen nicht nungundu gemano ich mach mal nur straßennamen äh so nungudioni das sehe ich zum beispiel wieder nicht gashatata die frage ist halt wirklich wie groß sind die orte die die da ran schreiben kenatcha gatatscha und gatatscha kanti ich glaube gatshata gatshata steht dreimal dran da können wir uns schon dran orientieren wenn es zwei orte mit gatshata gibt wobei es auch manchmal vorkommt nicht dass die Sachen hier einfach gatshata oder sowas heißen und hier aber gar nicht verzeichnet sind chung gatsch manchmal sind sie falsch geschrieben und wir müssen irgendwo halt in diesem bereich sein wo es ein bisschen grüner ist würde ich sagen am besten wäre wenn wir jetzt einen national park finden das wäre halt am allerbesten und es muss einen grund geben warum wir nicht weiter nach ähm osten fahren konnten also wir fahren jetzt nach osten also nach osten vom startpunkt und dann jetzt nach süden inzwischen also machen wir so einen bogen wir konnten irgendwie nicht nach osten weiterfahren es kann also sein dass es da Richtung Grenze ging oder irgendwas anderes im Weg war eine Stadt oder so dass wir aus der Stadt kommen und jetzt hier südlich fahren solche Sachen könnten das jetzt alles sein gut ich sehe jetzt keine direkt auf der Karte leider aber irgendwo irgendwo hier vielleicht war ja einmal in diesen Bergen und da sind wir auch von einem Dorf zum anderen gefahren und konnten nicht mehr weiterfahren aber durch das eine Dorf konnte man genau identifizieren wo man ist anhand der View und des Berges auf dem man war und weil man nicht weiterfahren konnte weil es in dem Dorf wirklich einfach zu Ende war das war auf dem höchsten Punkt das führte nur eine Straße hoch man hat natürlich trotzdem erstmal ewig gesucht bis man überhaupt auf Kenia gekommen ist das wusste ich damals gar nicht dass die ein Hochgebirge haben was den Alpen ja fast nahe kommt obwohl eigentlich ist es hübscher finde ich fast weil es begrünt war Gidento Hungo Primary School an der können wir uns jedenfalls später orientieren weil die Sachen stehen auf der Karte aber ich zoome jetzt nicht überall tausendmal ran am besten wir jetzt ein grünes Verkehrsschild was sagt Nairobi 50 Kilometer dann haben wir einen Radius in Richtung Berg und dann können wir da genauer gucken Straßennummer würde glaube ich nicht viel helfen oder? naja ein paar haben die ja immerhin du 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 ey er hat mich gedreht ich habe es gemerkt manchmal man klickt jetzt schon wieder und man kommt nicht voran und dann dreht er einen einfach um ich weiß nicht warum er das macht oh man man sieht doch manchmal dreht sich der Pfeil einfach in die andere Richtung obwohl man da hinten hin zeigt ich glaube da sind einige Berechnungsfehler manchmal drin schuh zu 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 Es ist Freitag, man merkt's. Borafeeds. Royal Taste of Freshness. Was haben wir... Ey. Manchmal macht er auch nicht das, was ich sage. St. Anthony Girls School. Hilft mir nix. Church of Ikanamara. Munkurove Inni. Wakulima. Wakuriri Inni. Okay, das hilft auch nicht. Da oben ist noch so ein Schild, da komm ich ja nicht ran. Kann man leider nicht mehr lesen. Irgendein Stadion anscheinend in vier Kilometern. Das sind alles Einzelnamen. Ist halt blöd, wenn alle Namen tausendmal sich unterscheiden. Dann sind's oft Familiennamen. Nur wenn man so einen Namen hat, der irgendwie sechs, siebenmal vorkommt, dann weiß man, das ist Sicherheit das Dorf in der Ecke. Dann ist es auch auf der Karte. Klar sind auch die kleineren Namen auf der Karte. Hier. Ichamara. Okay, Ichamara war also der richtige Name. Ich glaube auch das wird nicht auftauchen hier. Die Frage ist eher, na gut, es wird auftauchen, aber in welcher Zoom-Stufe nicht? Ich weiß nicht, ob wir auf einer gelben sind. Ich würde eher sagen, das ist eine weiße Straße. Das würde auch vielleicht erklären, warum wir nicht weiterfahren konnten, weil wir auf eine gelbe raufgekommen wären an so einer Stelle nach Osten. Auch hier oder so eine Ecke und dann zack rum. Kericho. Hatten wir Kericho nicht? Das habe ich doch gerade gelesen, oder? Kericho. Sind wir irgendwo hier in der Ecke? Ach, Kericho County habe ich das wahrscheinlich gelesen. Hm. Hier sind halt auch Berge. Oder zumindest Tügel. Das passt eigentlich gut. Gut, diese Straße hier. Kiploki. Schroffet. Mugonzi. Simotti. Litain. Shimasti. Nee. 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 Ira. Oft sind so Namen mit dem gleichen Buchstaben in der selben Ecke, so A und K. Klar gibt es immer welche, die verteilt sind, aber manchmal sammelt sich das so. Ja, wir müssten wissen, welches County wir haben. Dann kann man das eingrenzen, glaube ich. Ohne County suche ich mich zu Tode nach so kleinen Dingern. Ichamara. Ah, er hat mich schon wieder gedreht. Hör doch einfach auf damit. Und dann geht es nach Norden weiter. Wir sind die ganze Zeit nach Süden gefahren. Ist das die richtige Richtung? Jetzt bin ich verwirrt. Kam ich nicht aus der Ecke hier? Oh, Kacke. Ähm, jetzt muss ich alles zurückgehen. Mann, nur weil der Dreck immer einen umdreht und man dann nicht weiß, in welche Richtung man war. Gerade wenn man auf ein Bild guckt, links am Rand. Okay, wir kamen von hier anscheinend. Also doch Richtung Westen. Zum Glück gibt es diese Back-Funktion vom Spiel aus. Ich meine, das Spiel selber kann ja nichts dafür. Das ist ja, ähm, Google, nicht? Upscale Auto Parts, Dealer, Veterinary Products, Ichamari Church, Kenia Assembly of God. Die setzen God zusammen. Annex Coffee, Annex Center, Annex Pub. Oh, die haben alles. Okay, aber Westen war also richtig. Tschüss, Ichi, Gavara. Aber bevor ich nämlich jetzt 40 Kilometer in die falsche Richtung zurückfahre, gehe ich lieber nochmal 2, 3 Meter zurück, nicht wahr? Na komm, na komm. Ach, er lässt mich wieder nicht weiter. Ich meine, die Ortschaftendichte ist relativ hoch, nicht? Es ist sehr viel Verkehr, sehr viele Leute auf den Straßen, an den Fußwegrändern. Wenn man das also erstmal ein bisschen eingrenzen kann, dann haben wir es sofort. Jetzt Ki-Harte. Ki-Harte sind wir jetzt. PO Box 77 Muku-Urwe Muku-Urwe Gibt es in Muku-Urwe ein größeres, was dem Ort oder der Region den Namen verleiht? Ja. Muku-Urwe Muku-Urwe Machacos County. nicht, dass wir hier an diesem Berg drum herum fahren. Goli, Meru, wir sind ja auf einer weißen, darf ich nicht vergessen, ich glaube nicht, dass die gelb ist und wir fahren südlich, östlich, westlich, also die windet sich sehr stark. Also so eine hier vielleicht. Okay, ist auch noch nicht ausreichend. Ja, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, als ob ich schon mal auf dieser Straße war. Klar sieht die wahrscheinlich in Kenia oft gleich aus, aber die ist so, sag ich mal, gepflegt, nicht, mal ein paar Blümchen am Rand, Rasen, die Straße ist ja jetzt nicht die sauberste, nicht, aber ich glaube, das kannst du da gar nicht anders machen. Die Ortschaften sind ausgeschildert, also das ist schon sehr fortschrittlich. Hier schon wieder, Mukureweini, Mukruweini, Safaricom, okay. Das hätte mir spätestens dann gesagt, dass ich hier in Kenia bin. Mukuruwe, RWE. Vielleicht finden wir ja, aber, das wird hier nicht stehen, nicht. Mukuruwe, Makavet, gehen immer an so Dreierdinger, da kann man drei auf einmal abdecken. West, Tukana, Baringo. Weil die haben halt so viele. Und manchmal sind das nur so kleine Municipi-Daltz oder sowas. Kisi, Narok, Bomot, auch nicht. Migiro, Homa. Kayadu, Nakuru, Narok. Nievi, Nadouro. Meru, Nieri. Wird nicht besser. Embo, Makatus, Muranga, Machito, Mintui, Kiringa, Embo, Taraka, Niti. Niti klingt ja schon mal gut. Jetzt brauchen wir ein Inni. Meru, Isolo. Lapaika. Makavet. Makavet. Elaigu. Yusin. Jaja, stimmt. Yusin Bolt. Bungoma. Da hört Kenia auf. Vespokot, Tokava. Hey, das Problem ist, hier gibt es ganz viele kleine, die ich wahrscheinlich übersehe. Da war auch irgendwo eins, was nur um eine Stadt war und so. Und wenn das nur so ein lokales Ding von da ist, dann habe ich eh keine Chance. Kurve, 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 Kizumi sieht man halt nicht. Nairobi kennt man. Kuromowango. Kuromau. 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 Hm. Okay. Nach Südwesten. Nicht Back to Start. Okay, in die Richtung. Kamilisha Myango Na. Hotel Open Now. Ja, da will ich unbedingt ein Hotel haben. Nguru. Nguru habe ich aber schon gelesen gerade. Government of Kenya. Das steht so oft nicht. Alle möglichen Namen. Nguru. Okay. Sehen wir Nguru. Die Frage ist, in welcher Zoom-Stufe und wo kann es auch vor ewigen Zeiten mal in einem anderen Spiel gesehen haben, nicht? Und denkt nur jetzt, ich habe es jetzt gesehen. Gehirn ist doch scheiße. Nee, wir brauchen noch einen besseren Hinweis. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Hast du irgendwas draufstehen? Aber gut, der kann von überall kommen. Well-Driven. Immerhin das. Immerhin das. Ja. Und das ist, wenn das so dicht bei uns ist, kann es nicht so groß sein. Department of Early Learning and Basic Education. The Sky is the Limit. The Sky is the Limit. Ja, das ist Spätestens, wenn man tot ist und man im Sky. Ja, das ist the limit. Wanga Kachi. Ja gut. Was sind Namen? Was sind Orte? National Government. Hier, so ein Schild ist gut. World Road Authority. Project Name Mohito N'Goro. Okay, aber das sind ja kleine Orte. Nieri Region. Okay, Nieri. Da können wir doch mit arbeiten. Können wir zumindest auf die Region eingrenzen. Und dann finden wir den Namen ganz schnell. Kisi. Narok. Migoro. Kisumiki-Richo. Bommet. Nakuru. Wie wird das geschrieben? Nieri. Man, Nieri ist ganz bekannt. Da bin ich ganz oft gewesen. Hier, Viga. Das war das kleine Ding, was ich immer übersehe. Aber ich kann mich echt null erinnern, wo Nieri war. Wahrscheinlich ist das alles um Nairobi und ich suche hier komplett an den falschen Stellen. Ne, Narok. O." Vomit. Wo ist Nairobi?" Da unten. Wir geben da jetzt mal hierhin. Nairobi, Kailado, Kayimbo, Naroku, Narok. Muranga Nieri Nieri County, hier Ah, an diesem riesigen Felsen, ja das hier ist auch die Straße, auf der wir fahren Die sieht zumindest stark danach aus Gatshata Sind wir nicht in Gatshata gestartet? Nehm, hier Mukureveni Ichamba, hier, die ist es Nguru, ja das kennen wir alles Und deswegen konnte man nicht weiterfahren Irgendwo Okay Ähm Ich glaube wir starten irgendwo hier Zwischen dann Wo ist denn hier Dieses Guru Ne, wie hieß es? Doch, ein Guru Sieht man das hier auch irgendwo? Wir sind ja hier gerade reingefahren Das hier war ein Guru dann Ja, ein Guru Manchmal heißen die Läden nämlich so wie die Orte So, und wo starten wir? Jetzt wissen wir auf welcher Straße Und wir wissen genau Jetzt muss ich den richtigen Pfeil erwischen Den da Dass wir in Karagoto sind Jetzt muss man nur herausfinden Wo hier Karagoto ist Karagoto Coffee Factory Und wir sind Wir gucken nach Südwesten Das heißt, irgendwo hier sind wir vielleicht Kurbel wieder zusammengebaut Aber dreimal falsch Siehste, deswegen lasse ich das machen Wir stehen vor dem Jetzt ist es wichtig New Is das der Kaffee-Lahn? New Tirangu Coffee Blablabla Hm Aber das steht nicht Coffee Doch, Coffee Factory Aber die ist im Süden Ja doch, im Süden Dann stehen wir genau hier In der Kurve Ich würde das einloggen Ich wüsste auch nicht Ich kann nach Norden Nach Westen nicht weiterfahren Nach Osten Die Straße geht nach Norden Und dann geht sie nach Süden Ja, wir sind da Bingo 58 Meter Die Coffee Factory war es am Ende Boah, da mussten wir aber weit fahren Ja, wären wir bis hierhin gefahren Nicht an die A2 Hätten wir es schneller gefunden Aber da wir hier nicht mehr weiterfahren konnten Blieb ja nichts anderes Als in die Richtung Anzutreten Ichamara hätte man sehen können Vielleicht Und Mukurewe Inni Ja gut Aber ich habe hier oben gesucht Nicht? Ich habe nicht bei Nairobi gesucht Okay Mukurewe Inni Werde ich eh wieder vergessen Und damit haben wir die Final Results Wir haben die 30.000 Punkte Sehr gut Back to Lobby Und wir machen noch Fun with Flex Bis wir 4 Flangen haben Ich sagte halt noch Fotos vorher nachher Aber meine Fotos waren so ein Mist Dass ich nichts erkennen konnte So Da Georgien Wo ist das gute Georgien? Da haben wir es Turkmenistan Oder Usbekistan Ich nehme mal Turkmenistan Es ist Aserbaidschan Usbekistan Usbekistan hat Weiß Okay Aserbaidschan Kann ich alles wissen Du Kacke Was ist denn das Für eine Scheiße Zentralafrikanische Republik Oder so ein Mist Ja War es Boah Glück gehabt Äh Nepal Oder Bhutan Mongolei Mongolei Puh Gerade nochmal richtig entschieden Und Das ist Oh Kacke 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 Die hatte ich lange nicht Ist das Bermuda Ne Fitchi Bermuda Ist rot Ah Die Fitchis Oh Eine 1 plus Gibt es ja Ab 30.001 Ja so waren die Lehrer Früher Nicht wahr Wir haben nur 3 geschafft Das heißt Wir müssen nochmal ran Äh Der kommt von rechts Also ist das Land links Aber wo ist es links Boah Ein scheiß Vogel Eine Adler Assoziiert man sofort damit Aber ich glaube Das war irgendwo hier War nichts Großes Die kleinen Inseln hier Die kenne ich Ist französisch Guyana Ist es auch nicht Und sowas Oder Aber ich Aber ich Habe keine Ahnung Jetzt Amerika Somor Also doch Okay man verbindet es mit Amerika Aber es ist so in Somor Oh Diese kleine Pfurz Insel da Die Die man nie sieht Okay Äh Oh Die Flaggen gibt es auch 30 Mal Nicht Äh Serbien Ja Okay Serbien war noch richtig Lichtenstein Boah Da muss ich richtig ranzoomen Nicht Um das zu erwischen Oh nö Oh nö Sowas Haste ich am allermeisten Oh nö Oh man Das ist so eine Nichtsagende Flagge Die man auch nicht so oft kriegt Grün Weiß Blau Grün Weiß Blau Boah Nix in Europa Hier wahrscheinlich auch nix Nein 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 Westsahara Vielleicht Lustig auch Die Westsahara Wird hier anders dargestellt Als in anderen Spielen Und da ist es Ostsahara Teilweise Die Die Sachen abgrenzt Irgendwie ist das Gebiet Hier absolut nicht klar Abgegrenzt zueinander Nee, Benin nicht. Ruinär nicht. Sierra Leone, komm. Es ist Sierra Leone. Ich hab grad Ausschlussprinzip gemacht. Von welchem Land hier unten kenne ich die Flagge nicht? Sierra Leone. Das war wirklich mal ein Guess. Damit Runde 5 von 5. Lesotho. Und damit haben wir 4 Flaggen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.